Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte, exklusiv für Sie, zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Es ist 15 Uhr und es ist meine absolute Lieblingstageszeit, denn es ist unsere 15-15-Show. Jedes Produkt kostet hier nur 15 Euro. Sie dürfen bis zu fünfmal zuschlagen, es sei denn Ingo und ich sagen was anderes. Und Ingo hat heute wieder eine Auswahl getroffen, das macht Ingo nämlich extremst gerne, weil er macht es so schön. Er denkt immer an uns drei, was wir gerne mögen. Er klappert wirklich jede Sparte ab und achtet darauf, dass jedes Produkt nur 15 Euro kostet. Und das ist Ihr Vorteil und jetzt schlägt es zum ersten Mal 15. Ja, vielen Dank für die Vorschuss, Leute. Es macht einen Riesenspaß, diese Sendung zu machen. Wir müssen gucken, was wir hier Ihnen anbieten können für 15 Euro. Man muss mit den Produktmanagern telefonieren, ob das möglich ist. Und hier haben wir jetzt was ganz Besonderes. Es ist ein drehbares Sitzkissen. Schauen Sie mal, das dreht sich. Warum braucht man so was? Warum? Man kann viel einfacher sich hinsetzen und aufstehen. Echt? Darf ich das mal ausprobieren? Wenn man normalerweise aufsteht, muss man irgendwie die Knie drehen, die Hüfte drehen, den Rücken drehen. Und zum Hinsetzen genauso. Hält mich der Tisch? Ja. Ganz einfach, kann man sich hier selber justieren. Und sonst twisten. Das ist ja mega. Wenn man sich auch gerade so dreht, also wenn man keinen Drehstuhl hat, sondern einen Starrenstuhl, dann kann man sich so drehen. Und wenn ich jetzt hier aufstehen will, stehe ich hier auf. Und wenn ich hier aufstehen will, stehe ich hier auf. Ja, vor allem, weißt du, auch dieses Drehen. Wenn du keinen Drehstuhl hast oder so ein Sitzkissen, dann verdrehst du deine Hüfte. Das merkst du gar nicht. Deine Knie immer ein bisschen. Und das ist sehr, sehr gelenkschonend dafür eben. Für Rücken, für Knie, für Hüfte ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Hält übrigens Gewicht bis zu 170 Kilo. Also egal, was Sie wiegen, das hält das einfach aus. Aber es ist wirklich was Besonderes, oder? Ich finde das total toll, weil es eben so gelenkschonend und rückenschonend ist. Und ich habe auch gemerkt, wie gerade ich sitze, weil es eben so schön abpolstert. Und man merkt ja selber, wie man so im Laufe des Tages immer mehr so in so einem Hohlkreuz sitzt. Oder mit so einem, nee, nicht Hohlkreuz, sondern Katzenbuckel hat. Und das ist total ungesund, dass man einfach dann schön gerade sitzt. Und das habe ich gerade durch das Kissen gemerkt. Man sitzt wirklich sehr gerade. Ja, das ist dieser Memory-Form. Also der passt sich dann deine Haltung automatisch an. Und für Autos auch perfekt. Ja, ja. Na, für Leute, die sind ein bisschen klein für Autos, also wie ich zum Beispiel, ich brauche sowas. Ja klar, gewinnst du ein paar Zentimeter. Und ich fahre auch viel. Also ehrlich zu sein, natürlich jetzt zum Beispiel am Wochenende, ich fahre schon wieder 1000 Kilometer. Eieieiei. Und sowas wahrscheinlich wird für mich auch perfekt. Und ich habe das gerade gemerkt, Merve, als du gesessen hast, deine Rücken war sofort gerade. Wirklich sah sehr, sehr gut aus. Gesundheit, Dingo. Danke. Also wirklich schön. Mir gefällt das auch. Und das dreht alles auch super praktisch. Ich finde es auch extrem zeitlos und schlicht einfach. Es ist einfach schwarz gehalten. Man kann es sich auch zu Hause hinlegen. Du kannst das wirklich mitnehmen, das wie ich nix. Kannst du auf jeden Stuhl raufmachen. Der Bezug ist abnehmbar und waschbar. Also auch noch super. Ja. Und wir sparen hier richtig viel Geld heute. Also wir sparen hier heute mal wieder unglaubliches Geld. Normalerweise würde das Kissen 30 Euro bei Pearl.de kosten. Aber umso schöner, dass Ingo da wirklich alle Segel in Bewegung gesetzt hat, dass wir das Kissen heute in der 15-Euro-Show haben. Und das ist wirklich ein Kissen, das ich muss sagen. Es hat mich jetzt schon überzeugt. Ich kannte sowas gar nicht. Finde ich sehr, sehr gut. Nee, das haben wir ganz, ganz selten. Ja. Wir haben tolle Gesundheitsprodukte. Gerade so für den Sitzen und alles Mögliche. Die Bestellnummer sage ich Ihnen auch noch. Das ist die NX 3935 und die 569. Und das nächste Produkt ist für jeden Gartenliebhaber und für jeden, der wirklich mal was Neues im Garten braucht. Es schlägt nochmal 15. Ja, es geht um den Garten. Es geht um einen Gartenschlauch. Und schauen Sie sich das mal an. Diana hat hier einen 15 Meter Gartenschlauch dabei. 15 Meter hier. Meint man gar nicht, ne? Hä? Wenn du das mal auswickelst. Also meine Eltern haben auch Schlauchstationen in der Garage und das nimmt so viel Platz. Und ich glaube, das ist auch so 15, 20 Meter. Aber so klein. Und das ist ein ganz hervorragender Schlauch. Das ist unser dehnbarer Gartenschlauch, der hier ist. Das heißt, so wie der jetzt ist, ist er leer, zusammengezogen. Und wenn Wasser reinkommt, dann dehnt der sich. Der ist jetzt 5 Meter lang. Und wenn er sich ausgedehnt hat, wenn Wasser drin ist, ist er 15 Meter lang. Und das Ganze hier eben auch noch hier mit diesem Nylonbezug. Das heißt also auch wetterunabhängiger, sage ich mal. Und der verknotet auch nicht. Das ist wirklich genial, dieses Schlauchsystem hier. Und hier haben wir unseren 5 Meter Schlauch, den wir auch einzeln anbieten, mal mit so einer Schlauchhalterung. 15 Meter Schlauch ist normalerweise immer so eine Kabeltrommel, die du hinter dir herziehst. Also 15 Meter in normalem Gartenschlauch ist so eine Kabeltrommel. Und da kommt dann immer der Kampf beim Aufrollen auf die Kabeltrommel. Weil diese normale oder die üblichen Gartenschläuche immer extrem starr sind. Und schwer. Und schwer. Und wenn man die dann aufrollen möchte, wenn da noch ein bisschen Wasser drin ist, ist sowieso vorbei. Und das ist immer so ein Kampf. Und so ein Gartenschlauch ist wirklich ein Game Changer. Es ist wirklich ein Game Changer, dann haben wir hier noch diese Station super einfach aufzurollen. Man kann den ja auch einfach irgendwo drüberhängen. Aber hier, bei dem Produkt, haben wir eben auch diese Station mit dabei. Und ich finde dieses Prinzip unglaublich. Du machst den Druck an und er dehnt sich aus. Und sobald das Wasser wieder draußen ist und der Druck weg ist, dann zieht er sich wieder zusammen. Ja, er zieht sich zusammen und drückt auch das ganze Wasser wieder raus. Das heißt auch, wenn Sie den mal benutzt haben, ist der nicht schwer. Der ist immer noch genau so leicht. Und den kann man also wirklich hier, schauen Sie mal, richtig verknoten. Mit einem normalen Schlauch hätten Sie dann Knicke drin und alles. Das passiert bei dem hier nicht. Das ist dieses dehnbare Material und eben zusätzlich noch hier oben diese Beschichtung dabei. Ich finde das unglaublich. Das ist ein ganz, ganz tolles Schlauchsystem. Ich habe auch so einen allerdings ohne Station zu Hause. Damit komme ich bis in die letzten Ecken in unserem Garten. Wir haben auch so einen langen Reihenhausgarten. Und da ist so ein Schlauch, so eine Schlauchtrommel hatten wir vorher. Das ist sehr, sehr umständlich und lästig. Ja, das glaube ich. Ja, und guck mal, wir haben hier so viele Mordis auch, ne? Zum Beispiel Dusche. Das kommt noch dazu. Du kriegst ja nicht nur die Halterung, du kriegst ja auch diese Brause dazu, sage ich mal. Ja, also das ist wirklich cool. Und mir gefällt die Farbe auch. Sieht sehr, sehr gut aus. Für 15 Euro natürlich so ein Mastherr für jeden Gartener. Ich glaube, für meine Mama auch. Sie hat auch viele Pflanzen in unserem Garten. Das ist wirklich sehr, sehr cool ein Schlauch, ne? Ja, und wie gesagt, 15 Meter haben wir hier. Und Sie sehen, wie viel das ist. Das ist wirklich nicht viel. Und super leicht, verknotet nicht. Und wenn Sie fertig sind, machen Sie es hier einfach wieder rum. Die Station gibt es dazu, die Brause gibt es dazu. Also perfekt. Ja, und gerade wir wissen alle, wie teuer Gartenprodukte im Baumarkt beispielsweise sind. Also gehen Sie mal in den Baumarkt und suchen Sie nach einem Gartenschlauch für 15 Euro, der eine solche Funktion hat. Ich glaube, da suchen Sie entweder lange oder Sie zahlen an der Kasse das Dreifache. Und das ist eben bei uns der Vorteil. Sie zahlen bei uns nur 15 Euro mit der ZX 8033 und der 569. Und wir waren ja gerade schon im Garten. Weil Ingo ist, glaube ich, Ingo feiert dieses schöne Wetter, was wir gerade haben. Deswegen haben wir jetzt schon mal noch ein Garten. Alt-Weiber-Sommer ist gerade, ja. Wir waren gerade im Garten und wir bleiben im Garten. Es schlägt noch mal 15. Ja, es ist eine Vogeltränke, ein Vogelbart, ein Vogelfutterbehälter, wie Sie wollen. Sehr, sehr cool hier aus Vollmetall. Wow. Der ist wirklich bildschön. Ist der nicht beeindruckend? Der ist beeindruckend, wirklich. Guck mal, der kleine Piepmatz hier ist auch noch mit dabei. Es ist wirklich fantastisch, wie elegant das aussieht. Und dann kann man hier eben Wasser reintun, dann trinken die da dran. Oder man tut Vogelfutter rein, dann holen sie sich ihr Futter. So ein Vogelhaus ist einfach eine schöne Sache. Oder so eine Vogelfutterstelle ist eine schöne Sache. Kann man so schön aus dem Küchenfenster gucken und sehen, wie sich die kleinen Kerle sich hier bedienen. Ja, vor allem tut man halt auch was Gutes. Also Vögel, dass die dann bei dir was zu essen kriegen, die merken sich das, die kommen wieder. Und die Vögelchen bekommen eben auch Nahrung. Ja. Weil, also ich kenne das so. Ich kenne das so von meinen Eltern. Es wird schon immer Vogelfutter in den Garten gepackt, so des guten Willens wegen. Und gerade das Objekt hier, das Objekt der Begierde, ist wirklich extremst hübsch. Weil, Ingo, drehe das mal nach vorne. Ich finde das, also dass man das Blatt von innen sieht. Ich finde das so schön von innen. Das hat so eine grüne Farbe. Es schimmert so ein bisschen, ne? Es schimmert so, genau, da sieht man es jetzt. Es sieht so schön aus. Ja. Und ich finde es einfach extremst elegant. Ja, das kommt hier aus, übrigens Vollmetall natürlich. Ist so, ja, einen guten Meter hoch, 1,20 Meter sowas. Sie können es auch kleiner machen. Das sind drei Stangen, die einfach nur zusammengeschraubt werden. Und unten haben wir so einen Spieß. Das heißt, man kann ganz einfach so in die Erde stecken. Dann steht das fest und Sie werden viel Freude damit haben. Oh ja. Ich glaube auch nicht nur für den Garten, auch wahrscheinlich für den kleinen Balkon. Ja, du kannst es ja kürzen, ne? Wenn Sie Kinder haben, ich glaube, die würden wirklich begeistert sein. Weil das ist wirklich sehr, sehr niedlich alles. Und ja, ich weiß, dass bei unserem Ralf, er hat auch ein Vogelhäuschen. Und das ist so schön, die Vogel einfach beobachten beim Essen. Und dann natürlich, Kinder würden auch so eine Aufgabe jeden Morgen haben. Ja, das ist, ich muss jetzt meine Vögelchen futten. Ich finde das wirklich genial und sieht sehr, sehr dekorativ aus. Sehr, sehr schön. Ja, eben absolut wetterfest hier aus, Metall. Schauen Sie mal, so kann es dann bei Ihnen im Garten aussehen. Das ist doch herrlich. Ja, ich finde auch einfach, Gartendeko ist immer so unterbewertet. Also man kann auch den Garten dekorieren. Man muss im Garten nicht nur Pflanzen einpflanzen, sondern man kann sich auch mal wirklich so einen dekorativen Vogelständer oder so ein Vogelfutter, so eine Vogeltränke hinstellen in den Garten. Und die muss gar nicht hässlich sein, nur weil sie einen Zweck hat und weil sie eine Funktion hat, sondern man sieht das hier, wie schön das aussieht, die schimmernden Farben. Also das kann ich mir auch sehr gut bei meinen Eltern am Garten vorstellen. Muss ich auf jeden Fall mal... Habt ihr einen schönen Garten zu Hause? Ja, wirklich, richtig schön. Also richtig, richtig schön. Und das würde es noch schöner machen. Mit der Bestellnummer ZX8216 und der 569 können Sie das bestellen, um den Garten zu verschönern. Ich will Sie gar nicht lange warten lassen. Es schlägt noch einmal 15. Ja, hier haben wir mein Highlight in der Sendung. Das ist unser Preisalarm. Habe ich leider nur als Preisalarm reingekriegt. Das ist ein Funkwecker für nur 15 Euro. Den dürfen Sie sich bitte nur einmal bestellen. Da haben wir leider nur ein kleines Kontingent bekommen, aber es ist ein echtes Highlight. Es ist ein Tischfunkwecker mit Thermometer, so heißt der. Aber der hat natürlich hier so viele tolle Features. Also einmal ein Funkwecker. Das heißt, du hast immer die richtige Zeit. Das ist ja nur noch vier, fünf Wochen hin, dann wird die Uhrzeit wieder umgestellt. Stimmt. Auf normale Zeit von Sommerzeit. Und wir kriegen eine extra Stunde. Wir kriegen eine extra Stunde. Die Uhr wird zurückgestellt. Hey. Also ich merke es immer wieder. Das ist ja nur zweimal im Jahr, aber ich vergesse immer irgendwelche Uhren umzustellen. Der zeigt Ihnen immer genau die richtige Uhrzeit, weil es ein Funkwecker ist. Die holt er sich eben von der Atomuhr. Zusätzlich haben wir noch hier der Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Auch wichtig. Luftfeuchtigkeit ist enorm wichtig. Gerade wenn man das jetzt so als Wecker beim Schlafen nimmt. Wenn die Luft zu trocken ist, dann wird die Haut trocken. Ich kriege dann immer so juckende Stellen an der Haut. Meine Nase ist trocken. Angeblich schneicht man mehr bei trockener Haut. Ja, und zu feuchte Luft kann zu Schimmel führen. Und Sie sehen das hier, das Display. Das leuchtet jetzt bei uns im Studio hier in blau. Sie können das aber in ganz viele verschiedenen Farben einstellen. Finde ich auch cool. Blau sieht auch sehr, sehr schön aus. Sieht so elegant aus. Das ist aber eine dezente Beleuchtung mit großen Zahlen. Die stört nicht, wenn die bei einem auf dem Nachttisch ist. Guck mal, ich sehe hier eine Snooze-Funktion. Ist das auch ein Wecker? Es ist ein Wecker. Ja, ja, es ist ein Funkwecker, der dich immer rechtzeitig weckt, Diana. Ja, das ist schön. Dann kommst du immer rechtzeitig zur Arbeit. Wie immer, meinst du? Bis nie zu spät irgendwie zum Frühstückverabreden. Hallo. Also das ist wirklich genial für Schlafzimmer natürlich, für Nachttisch. Und hier, ich sehe noch USB-Charger. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel mein Handy hier auch laden. Das finde ich so wichtig und genial. Da kann man wirklich ganz einfach sein Handy hier nachts laden. Das machen wir sowieso immer. Man braucht dann kein extra Netzteil mehr, sondern hängt das einfach hier an den Wecker ran. Der ist batteriebetrieben oder mit Netzteil, wie Sie wollen. Das Laden geht nur, wenn Sie es per Netzteil benutzen. Aber ich finde das einfach klasse. Vor allem so super, super schick, oder? Also ich bin gerade fasziniert davon, dass ich daran mein Handy laden kann. Ist das nicht ein tolles Feature? Ich dachte nämlich, dass das die Ladebuchse sei. Aber ich kann einfach mein Handy hier dran laden, weil hier steckt man das normale Kabel rein. Und hier das Handykabel. Und ich bin halt jemand, ich verschussele immer meine Netzteile. Egal, es bricht ein neuer Tag an und ein neues Netzteil ist weg. Ich weiß nicht, die lösen sich in Luft auf. Und dass ich mein Handy hier laden kann, ist für mich gerade unglaublich, weil wer lädt sein Handy dann nicht nachts am Bett? Also jeder von uns lädt sein Handy nachts am Bett. Ich möchte da jetzt, also ich glaube, alle von uns, alle hier wirklich im Studio. Wir haben den als Preisalarm. Das heißt, Sie kriegen hier einen enormen Preisvorteil. Das ist ganz Besonderes, dass der hier in der 1515 Sendung ist. Jetzt schauen Sie sich mal den Originalpreis an. Der normale Preis von Pearl.de wäre 38 Euro. Und Sie haben das Glück, dass Sie eingeschaltet haben. Und deswegen zahlen Sie heute nur 15 Euro TV-Sonderpreis. Sie dürfen bis zu einmal bestellen. Aber ich sage Ihnen, ein Schmuckstück davon ist schon besser als keins. Weil das ist wirklich ein Funkwecker, der so viele Extra-Funktionen hat. Der lohnt sich maximal für 15 Euro. Also Ingo, ich sage das immer wieder. Ich bin einfach begeistert von deiner Auswahl. Aber die Bestellnummer sage ich Ihnen auch noch. Das ist die NC 3986 und die 569. Und beim nächsten Produkt hat Ingo, glaube ich, etwas mehr so an die Männerwelt gedacht? Nee, gar nicht. Nein? Überhaupt nicht. Wir werden es gleich sehen. Okay, dann an uns alle. Es schlägt nochmal 15. 39-Teiliges Werkzeugset in diesem Koffer. Das ist so genial. Und das ist nicht nur für die Männer. Ich habe meiner Tochter, als die eingezogen ist das erste Mal, also von zu Hause ausgezogen ist, habe ich ihr so ein Werkzeugset selber zusammengestellt. Ich habe viel mehr Geld dafür ausgegeben. Die hat sich so gefreut, weil jeder, jeder muss mal was schrauben, muss mal was nageln, muss mal was messen. Und hier ist alles zusammen. Also ein komplettes Set. Ich weiß nicht, was man hier jetzt noch groß vermissen würde. Es ist wirklich an alles gedacht. Ein Hammer, eine Schere, ein Maßband, ein Teppichmesser, diverse Schraubendreher, ein Schraubenschlüssel. Es ist wirklich alles dabei. Das ist so eine Grundausstattung. Ich habe mir genau dieses Set letztes Jahr gekauft, als ich hier in Dassel in meine neue Wohnung eingezogen bin, weil ich wollte nicht immer meinen großen Werkzeugkoffer von Bremen hin und her fahren. Da habe ich mir einfach den hier gekauft und habe damit meine komplette Wohnung eingerichtet. Also es ist wirklich sehr, sehr gutes Werkzeug von der Qualität hier, natürlich von AGT, aber da ist alles dabei. Die Schere alleine, ich benutze keine andere Schere mehr. Die ist so kräftig, stabil und schneidet vernünftig. Also ich muss meine Aussage zurückziehen. Das ist wirklich nicht nur für Männer. Ich erinnere mich nämlich an meinen ersten Auszug. Und da hatte ich kein Werkzeugset. Und dann bekommt man ja bei manchen Möbeln, die man kauft, so kleine Werkzeuge mit dazu. Oh, das ist eine Katastrophe, oder? So diese ganz kleine. Und mir fehlte so viel Werkzeug. Und mein seligster Wunsch in diesem Moment war, ich hätte jetzt gerne einen Werkzeugkoffer. Ich hätte einfach gerne einen Werkzeugkoffer, wo alles drin ist, was ich brauche. Weil man sucht sich ja dann auch immer alles zusammen. Dann fährt man für einen Teil in den Baumarkt. Dann fehlt noch das nächste Teil. Leit sich was zusammen von den Nachbarn. Und das ist, finde ich, einfach so der Retter für egal welchen Umzug, Auszug. Das braucht jeder Haushalt, so ein Werkzeugset. Deswegen, hast du recht, ist für jedermann, Ingo. Ja, klar. Also ich habe auch so verschiedene Instrumente und Werkzeuge, aber die liegen bei mir alle in einer Kiste. Und ich finde das nie wirklich, wenn ich das brauche. Aber hier mir gefällt das alles in einem Platz. Und das braucht nicht so viel Platz. Das ist auch wichtig. Also wirklich schön für 15 Euro so viele Teile. Man kriegt schon mal ein Bit-Set für 15 Euro oder ein Schraubendreher-Set. Aber hier ist wirklich alles drin mit der Zange. Es ist wirklich alles drin, was Sie brauchen. Holen Sie sich das einfach mal, 15 Euro. Und wenn Sie einen großen Werkzeugkeller haben, dann haben Sie den vielleicht in der Küche liegen, wenn man mal zwischendurch was machen will. Aber es ist fantastisch, auch als Geschenk. Gute Idee. Und gerade als Geschenk, Sie können hier bis zu fünfmal bestellen. Es ist kein Preisalarm. Also auch einfach mal den Kindern, Enkelkindern zum Auszug schenken oder zum Umzug. Wie auch immer. Die bestehen um das, die PV 8797 und die 569. Das nächste Produkt ist bei uns allen immer so ein Zuckbrecher. Wenn Sie gespannt sind, was kommt, dann bleiben Sie dran. Es schlägt um mal 15. Ich möchte es einmal betonen. Es sieht aus wie eine, aber es ist keine Zahnbürste. Es ist eine Reinigungsbürste, aber eben eine Schallreinigungsbürste. Das heißt, Sie können damit jetzt mal in die kleinen Ecken, in die kleinen Kanten überall ganz einfach reinkommen. Die haben so Silikonbürsten. Das heißt, verschiedene Bürstenaufsätze gibt es noch mit dazu. Also ganz schonend auch mal auf Edelstahloberflächen. Und damit kommt man überall hin. Guck mal hier im Kühlschrank, diese Ecken da oben in diesen Ablag, diesen Ablagefächern. Und dann natürlich auch hier all diese kleinen Nuten hier auch mal in der Spüle. Dass wir hier eben tatsächlich mal diesen Grünspan wegkriegen, den Kalkbelag. Damit kriegt man wirklich alles richtig sauber. Es ist super praktisch. Super praktisch. Zum Beispiel in Fliesen im Badezimmer. Das ist auch zwischendurch. Ich habe probiert mit normaler Zahnbürste. Funktioniert ehrlich zu sein gar nichts. Und du kannst nicht so viele Schwindungen machen. Diese Schallbürste, ich bin wirklich begeistert. So viele verschiedene Aufsätze. Für 15 Euro, das ist wirklich ein Master für jeden. Also jeder hat, glaube ich, eine Zahnbürste. Auch in seinem Reinigungsset. Weil man damit eben mal auch in diese Ecken kommt. Aber die hier schwingt tatsächlich 5500 Mal in der Minute. In der Minute. Und löst den Schmutz aus den tiefsten Ecken raus. Das ist also wirklich beeindruckend, oder? Ich denke bei dieser Reinigungsbürste immer an Fugen im Badezimmer. Oder auch in der Küche. Aber ich, für meinen Teil, musste immer bei meinen Eltern in der Dusche die Fugen sauber machen. Und das sind so ganz kleine Fliesen. Das ist Kinderarbeit, du weißt das nicht. Also unglaublich viele Fugen. Und dann habe ich von meiner Mama so eine alte, abgenutzte Zahnbürste, so eine Handzahnbürste in die Hand gekriegt bekommen. Und meinte, schrubb mal. So und dann vergingen Stunden und mehrere Stunden und mein Arm ist irgendwann abgefallen. Und ich glaube, ich hätte mir da wirklich diese Reinigungsbürste herbeigewünscht. Und jetzt haben wir sie. Weil egal, ob es Fugen sind, ob es Armaturen sind. Mit der Hand kriegen wir das nicht hin. Also wir kriegen es vielleicht hin. Aber danach sind wir auch erstmal sportlich für ein halbes Jahr betätigt. Und hier haben wir ja einfach ein Gerät, was 5000 Umdrehungen pro Minute dahin zaubert. Und ich glaube, damit kriegt man jede Fuge wieder spiegelnd blank oder eben gereinigt von allen möglichen Ablagerungen. Ja, auch, weißt du, wo ich es auch mal benutzt habe? Tatsächlich ist hier bei mir an der Brille. Ja. Da zwischen Glas und Rahmen. Das ist auch so. Da kommst du mit dem Lappen nicht richtig hin. Stimmt, ja. Da kann man mal richtig sauber machen. Schmuck kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Also all diese kleinen, fisseligen Sachen, wo sich eben Schmutz sammelt, wo sich irgendein Belag sammelt. Da kommt man mit dieser Schallbürste, keine Zahnbürste, mit dieser Schallbürste überall hin. Das ist, finde ich, auch ein Produkt, das muss man im Haushalt haben. Das ist, das braucht man immer mal. Und man hat es nicht, aber denkt bestimmt ganz oft auch, jetzt bräuchte ich mal was, was mir hilft. Und genau da haben wir das perfekte Produkt. Diese oszillierende Schallreinigungsbürste. Die bestellte ist die NX8700 und die 569. Und ja, wenn Sie zum Beispiel gerade fleißig am Putzen sind und irgendwo in der letzten Ecke des Hauses sind und dann klingelt jemand, dann hören Sie das vielleicht gar nicht so richtig. Und da haben wir den perfekten, oder da haben wir das perfekte Produkt für Sie. Es schlägt gleich die S15. Die Anna muss noch vorbereiten, aber wir haben es schon gehört, was sie da vorbereitet. Ich war ein bisschen voreilig, gerade weil ich das nächste Produkt so gerne mag. Also ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt schlägst du noch mal 15. Ja, wenn man mal das Klingel nicht hört und sich ärgert, weil der Paketbote zwar geklingelt hat, man hat es nicht gehört, dann kann man es irgendwo in der Stadt abholen, das Paket. Aber erst am nächsten Tag immer, ne? Immer am nächsten Tag, ab 13 Uhr. Immer am nächsten Tag. Oder das passiert am Freitag. Ja, dann musst du bis Dienstag warten. Ja, furchtbar. Das ist eine Funktürklingel. Das heißt, Sie brauchen keine Kabel zu verlegen. Ganz einfach schon mal. Die Klingel, der Taster selber, versorgt sich selber mit Strom. Das ist wie so ein Fahrraddynamo, müssen Sie sich vorstellen. Und die Klingel selber ist batteriebetrieben. Das heißt, die ist jetzt nicht fest an einem Ort bei Ihnen zu Hause, sondern die können Sie einfach dahin mitnehmen, wo Sie das Klingeln hören. Wir haben hier natürlich 32 verschiedene Klingeltöne, können Sie sich einstellen, wie Sie wollen. Je nachdem, was Ihre Präferenz ist. Ich glaube, wir haben sogar ein, zwei Weihnachtslieder mit dabei. Bis zu 75 Dezibel, das heißt, die überhört man wirklich nicht. Vorne ist auch noch so ein Licht, was eben auch optisch nochmal das Signal wiedergibt. Wenn Sie mal in einer lauten Umgebung sind oder niemanden wecken wollen, dann klingelt die trotzdem und Sie sehen das dann eben. Super, super praktisch, weil man da wirklich kein Klingeln mehr verpasst. Ja, das stimmt. Du kannst es immer mitnehmen, zum Beispiel in jedem Zimmer. Und ich finde auch eine super Idee, wenn zum Beispiel Sie haben jemanden, der gerade krank hat. Ah. Er braucht immer so ein bisschen, ja, sagen wir so Aufmerksamkeit. Jemand, der die Männergrippe hat, sag es ruhig. Zum Beispiel, ja. Das ist ganz furchtbar, die Männergrippe. Wenn diese Menschen immer dort bleiben und hier, du kannst ihm einfach diesen Knopf geben und sagen, okay, wenn du wirklich was brauchst, weil ich jetzt muss viel zu machen, viel zu tun, dann kannst du drücken und dann ich komme oder bringe dir Wasser oder Suppe oder noch was. Also wirklich sehr, sehr cool. Und mir gefällt, das kannst du auch lautlos machen. Ja, ja. Wahrscheinlich, wenn Kinder schlafen oder wenn es Nacht ist. Sehr praktisch. Also, das ist keine stationäre Klingel mehr, wie bei Ihnen zu Hause, sondern die können Sie ganz einfach mitnehmen. Enorme Reichweite, weil es Funk ist. Das geht durch Wände, durch Türen und Sie verpassen keinen Klingel mehr. Ich kann mir das auch super vorstellen, die im Kinderzimmer irgendwo hinzulegen und wenn die mal runterkommen sollen, dann zum Essen oder sonst irgendwas, drückst du einfach die Klingel. Ja, das finde ich super gut. Ich finde es auch einfach gut, dass die mobil ist, dass wir das überall hinnehmen können. Ja. Und dann eben, gerade wenn man, weiß ich nicht, es gibt viele Menschen, die haben einen Wäschekeller oder einen Wäschekeller oder andere Keller. Wenn man da gerade zu Gange ist, dann hört man die Klingel nicht. Es muss ja nicht mal der Postbote sein. Es kann auch irgendein Nachbar sein, der ganz dringend was braucht. Oder der Besuch, der vielleicht eine halbe Stunde zu früh da ist. Und dafür ist sowas eben perfekt. Die Bestellnummer hier ist die NX 7781 und die 569. Ingo hat ein letztes wunderbares Produkt mitgebracht. Sie sind gespannt, ich bin gespannt. Es schlägt das letzte Mal 15. Ja, das zum Evergreen bei uns im Sortiment ist sehr, sehr beliebt. Und das habe ich heute in der 1515-Show. Auch hier sparen Sie wieder 10 Euro im Vergleich zu Pearl.de. Das ist unser Multifunktionswerkzeug. Wir haben das alles schon ausprobiert. Das müssen Sie sich vorstellen wie so ein kleiner Bohrer. Und da haben wir jetzt ein 40-teiliges Set dabei mit verschiedensten Aufsätzen. Ich werde ihn mal hier auf dem Tisch ausbreiten. Diana, du hast da gerade den Gravuraufsatz drauf. Ja, du kannst zum Beispiel auch Geschenke gravieren. Ich habe das übrigens beim ersten Sendung, als wir Premiere hatten mit diesem Produkt, ein Spielfeuerzeug für Kasten gemacht. Graviert, ne? Ja, graviert. Sehr, sehr gut geworden. Und das auch sehr einfach, weil diese Multifunktion liegt sehr gut in der Hand, wie eine normale Kugelscheibe. Ich liebe diesen Produkt. Das kann für euch auch ein neues Hobby zu werden. Wahrscheinlich auch mit Kindern, mit Enkelkinder. Macht wirklich viel Spaß. Meinberg hat das auch schon ausprobiert, oder? Ja, ich habe das sogar für meine Nägel benutzt. Oh ja. Also es ist ja so stark. Wie viel hat das? 15.000 Umdrehungen? Ja, du kannst es einstellen, verschiedene, aber bis zu 15.000 Umdrehungen. Bis zu 15.000 Umdrehungen. Das reicht wirklich für alle handelsüblichen oder alle haushaltsüblichen Dinge, die man damit machen kann. Und ich habe mir meine Nägel damit abgefräst. Wir haben hier aber auch schon Kugelschreiber einer nach dem anderen graviert. Dann haben wir Glas letzte Woche. Dann haben wir auch was in Glas reingraviert. Dann wird eine Scheibe. Und ich finde das einfach super zum Basteln. Aber eben auch, wenn man mal im Haushalt was polieren möchte. Wir haben ja auch einen Polieraufsatz hier. Wir haben eine kleine Trennscheibe. Wir können mal kleine Dinge abtrennen. Also ich finde, das ist so vielfältig einsetzbar. Und 15 Euro. Ja, vor allem du hast das ganze Zubehör mit dabei hier. Wie du gesagt hast, Trennscheiben, Polierer, Schleifer, kleine Schleifer, wenn man irgendwas glatt machen will. Das ist wirklich an alles gedacht hier. Und Sie werden das lieben. Hier haben wir mal so ein, auf Holz, ganz, ganz einfach, kann man hier kreativ werden. Das ist natürlich auch für Sie ein Riesenspaß. Und dann kann man personal personifizieren, so ein, wie Diana, so ein Metallfeuerzeug. Der liegt in der Hand wie so ein ganz normaler Stift, Schreibstift. Ganz, ganz einfach. Es ist kein Kabel dran. Es ist kein schweres Drehmoment. Das wollte ich gerade sagen. Wir haben hier kein Kabel. Also ich kenne das noch aus meiner Zeit im Labor. Du hast ja Zahntechnik gelernt. Genau, ich habe Zahntechnik gelernt. Da hast du dann immer ein ätzendes Kabel hinten dran. Das musst du dir dann irgendwie über den Arm werfen, dass dir das Kabel dann nicht im Weg hängt. Und meistens sind die Handstücke auch sehr unhandlich. Also die kann man selten wirklich anfassen wie ein Stift und dann hält man die immer unschön. Und hier, der ist so handlich, den können wir einfach anfassen wie ein Stift. Kein nerviges Kabel und bis zu 15.000 Umdrehungen. Ich meine, das ist für einen Haushaltsdrill, den haben wir es immer Drill genannt, für einen Haushaltsdrill ist das echt stark. Wirklich stark. Für 15 Euro, das ist ein super, super Preis. Und funktioniert mit Akku, also keine Batterien oder irgendwas. Genau. Ich sage hier noch, die bestellen immer. Das ist die NX3960 und die 569. Und ich liebe die 15.15 Show mit Ingo und Diana, weil Ingo sucht wirklich immer die besten Produkte raus. Also bestellen Sie fleißig Ingos Auswahl.